Die Inkscape 1.4 Beta Version ist vor kurzem herausgekommen und ich habe mir gedacht, ich mache ein kleines Video dazu. Die Neuigkeiten zu dieser Version möchte ich euch in diesem Video kurz vorstellen. Als erstes, ihr seht hier diese kleinen Raster, hier das Originallogo und ihr wollt jemanden verschiedene Versionen eurer Arbeit vorstellen. Ich habe hier jetzt einfach einmal dieses Inkscape Logo genommen, damit er schön geordnet ausschaut, könnt ihr hier diese kleinen Raster verwenden. Und wie ihr diese Filter hier rechts einblendet und auch verwendet, das zeige ich euch jetzt in wenigen Schritten. Gehen wir mal auf ein neues Dokument. Hier unten rechts gehen wir mal auf die Dokumenteinstellungen, auf Gitter. Hier unsere gewohnten Gitter, die ich schon vorher gab. Und jetzt kommt noch dieser Modular-Modus dazu. Da kann ich einmal drauf tippen und ihr seht schon im Hintergrund diese kleinen Quadrate. Ich stelle das einmal um auf Pixel und möchte hier die Größe verändern. Unserer Pixel 100 zum Beispiel. Und kann das Ganze dann schließen. Hier importiere ich einmal unser allseits bekanntes Inkscape Logo. Setzen wir das hier her. Und jetzt möchte ich hier verschiedene Versionen herzeigen. Dann kann ich hierher gehen und die Filter setzen. Und das ist jetzt wieder neue Filtergalerie. Tippe ich hier drauf und dann erscheint hier rechts die Filtergalerie. Dann kann ich dann hergehen und sagen, ich möchte das Ganze einmal duplizieren. Und setze mir das so hier rüber. So, ja. Und dann kann ich hier die einzelnen Filter ausprobieren. Arbeiten. Dann könnt ihr hier die einzelnen Arbeiten herzeigen. Und habt hier eine schöne Anordnung. Und die Filter, wie gesagt, mit Filter, Filtergalerie. Und ihr habt hier sofort alles im Überblick. Weiter hat sich bei dem Textwerkzeug etwas geändert. Dazu gehe ich einmal hier auf diesen Schraubenschlüssel und diesen Schraubenzieher. Auf diese Einstellungen. Und stelle hier von List auf Unified um. Schließe das Ganze wieder. Dann kann ich hier rechts auf das Textwerkzeug gehen. Text und Schriftart öffnen nennt sich das Ganze. Und hier kann ich mir meine Schriftarten aussuchen. Dann gehe ich auf unser Textwerkzeug. Ziehe mir da mal so ein Textfeld auf. Schreibe hier Tipps und Tricks rein. Und kann hier jetzt bequem die verschiedenen Schriftarten aussuchen. So, und diese Déjà-vu-Schrift gefällt mir ganz gut. Die lasse ich jetzt so. Und ihr seht, hier könnt ihr bequem die Schriftarten ändern. Soviel einmal zur 1.4 Beta-Version. Hier könnt ihr im Download-Bereich auf die nächste Version gehen. 1.4 Beta. Da drücke ich einmal drauf. Und hier kann ich dann das Ganze downloaden. Je nach Betriebssystem. Ja, wenn ihr auch neugierig seid, ladet euch einfach diese Beta-Version runter. Oder ihr wartet einfach, bis das Inkscape 1.4 offiziell erscheint. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Baba, Servus und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.